Das war so ein bisschen verrucht, wenn man da reinging, das war so ein bisschen glüssig, hüppig dekoriert. Es waren sehr viele Kommis da. Katja Eppstein, Siegfried und Roy, Peter Alexander, Tina Turner, da wurde gefeiert, hinten am Sofa kam noch sogar Brian Adams. Oh, da war Sklaffis auf dem Sofa. Ein normaler Besuch war ja schon ein Erlebnis einfach, da hast du ja schon so viel zum Schauen gehabt. Das Roy war einmalig. Schlager ohne Ende. Wohnzimmer in der Nacht. Tolles Essen. Fleischpflanzerl. Spitzenmäßiger Rotwein. Heimat. Die Bilder. Tolle Menschen. Narhalla, Bälle, alles. Punkt. Unvergesslich. Schön war's. Ich bin, 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 ich bin. Ich bin, 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 ich bin.